Ich hab hier mal schön Eben A6 gefahren, mit 280 PS, GG, D300 Ich muss euch mal ganz dringend erzählen, ihr müsst richtig dick scheißen, ne? Ohne Spaß Ja, aber wirklich richtig krass Ja, komm, geh ab Wechseln, ich fahr, los Na, Gott, Pippen fährt Im Infight ist er 100% tot, ne? Wenn was passiert, bist du tot Ich steig los Ja, ich sag, bin tot im Fight, das kenn ich ja Du gehst, du sagst so kurz, krass, hinter mir ist ne Fliege, dreh ich um, you're dead Das ist so, dass der Sie ist, du schwörst euch Das hatte ich schon zweimal, Alter Du sitzt acht Stunden in einer Ecke, gehst kurz auf Toilette, kommst hier, du bist tot Das hatte ich schon zweimal Ne, ist leer, hab ich echt dich da reingelegt? Sind die Reifen denn abgeblieben, Alter? Keine Ahnung, wir können noch in Gorka mal vorbeifahren, da hab ich auch noch nicht versteckt Ja, ja, genau Also das ist jetzt versteckt Ich hab's in dem Fight schnell in den Tag gestellt Gorka, ja, genau, gut, dass du darauf kommst Ja, okay, wir fahren mal schnell nach Gorka Wer tritt Ritchie mit ins Gesicht? Danke Ganz ehrlich, ne Wer, was ist falsch, wer tritt Ritchie ins Gesicht? Ey, man muss, also ganz echt liegen, ey Didi, du bist grad eigentlich haarscharf beim Kacken und den Toten kam, ne? Das war haarscharf, wir sind so ne Kurve gefahren Wir sind so ne Kurve gefahren, Ritchie hat sich dabei gewirkt Du bist selber von uns gezogen bei dem zu sein, ey, du musst doch echt entweder bin oder du dich selber Also Didi, warst du gerade auch ernsthaft in 30 Sekunden dich ausscheißen Autofahrt Autofahrt Wo? Was? Oh Gott, vier Mann, fünf Mann, Alter CT-2 Oh Gott, das Dauerfeuer Level 3 am Rand, geh weg Ich habe einen Ich habe einen Die Eindruck, drunter Nicht durchs Autorennen, nicht durchs Autorennen, nicht durchs Autorennen Jetzt kommt's auf Mit Not Rechts einer, hab ihn Ich habe noch einen Nein, nein Da ist noch einer, noch einer, rechts Zwei Ich bin unten Hab ihn, hab ihn, hab ihn Katz Headshot, Katz Headshot. Hör auf, hör auf. Ich hab ne eine Wandarschute, aber ich hab ne ne. Hab ihn, hab ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice. Spiel dich gut an. Auf Aufnahme. Pass auf. Nicht mal Reifen down. Nicht mal Reifen down. Zwei Headshots. Zwei Banes gekillt, Junge. Ein Level 3, ein Level 2. Nice. Ey ich bin so ne Anal-Lutscher, das ist so geil. Habt ihr gut gemacht, aber das hat nur geklappt, weil ich so gut Unterstützung vorgegeben hab. Hä? Warte, wer hat als erstes das Auto? Oh nee. Ich hab gar nix gesehen. Ey, vor allen Dingen sind das die gleichen Leute wieder wie das letzte Mal, ne? Wo wir zusammen gespielt haben. Echt? Also hier, wisst ihr noch wo wir ... Wenn einer was zu trinken findet, kann er mir Bescheid sagen. Soll ich mal ehrlich sagen, dass ich damit gerade im ersten Augenblick dachte, das ist so eine Kötty-Carra, die in Deboe bespawnt so ein Dings-Auto und nicht ein BMW im Full-Dinforcer. Aber bevor ihr alles wegsnackt, ja, ich brauche unbedingt einen MK-Modler. AP-SSD. AP-SSD. Ja, hier habe ich ein Backpack, hier habe ich ein Backpack. Gut, mal die hat Fleisch in der... Hat jemand was zu trinken? Gar nicht mal so unfair, ne? 4 gegen 5. Der hat direkt so ein Shit-Shirt gebaut und die Shit-Shirt sind alle ab. Nein, wir standen alle hinter unser Pub-SUV, Alter. Hey, ist dort richtig geilere ist, als wenn ich auf jemanden spraye und ich höre nur, wie er so schreit, Hab ihn, Hedge-Shirt, Hab ihn, höchster Toten, und ich bin die ganze Zeit im Bam 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 Bam. Und Richard denkt so, ich, ich bewirke was, ich bewirke was! Ich help auch! Ja, mach mal Re-Log, Legenda. Ich kann mir richtig vorstellen, wie so... Die Leute da hinter dem Auto noch sitzen, Richard steht einfach auf, schießt so beim Gehen, Urso Pressing-Fire-Coach, Alter. Hast du Fausing an... Also vielleicht zufällig... und Sachen an die man nie hört. Er schweibt jetzt? Ja, das ist ewig. Okay. Zombies von uns. Was? Zombies. In seinen Hallen. Muss man V-Sink disable? Bitte hier aussteigen direkt, entschuldigung, weil ich hier oben nichts machen kann. Aber können wir trotzdem einen da durchgeben, weil ich hab der Letzte was verstellen. Krass. Ja, ihr könnt weiterverwenden, weil ich laufe auf jeden Fall von unten. Wenn du V-Sink disablest, ist es besser, sagt ihr. Ja. So wie die Zombies stehen, muss jemand in den Hallen sein. Diesen Trecker vor uns, am Waldrand. Zombie-Ed, Zombie-Ed, rechter Hangar. Rechter, hinterer Hangar ist einer von Bandit 1. Schlampe, Schlampe. Bestimmt Tankistaner, 100 Pro. Bandit 1 läuft jetzt raus. Läuft raus. Die kommt, die kommt, die kommt. Sollen wir sie holen, wenn sie am letzten ist? Weiß ich nicht. Ja, weil sie vom letzten zum 80 wahrscheinlich laufen wird. Na, am besten wenn die loot ist oder so. Irgendwie in der Halle, wenn einer reingucken kann. Hat jemand noch Sicht auf die? Ich seh die gerade nicht. Links ist der Hangar. Der Trecker nur an. Ja. Sie wird dann rumkommen, dann kannst du sie machen. Olli, sie kommt jetzt wieder raus. Aber ich weiß, nee nicht wieder in Richtung Silos. Zwischen den Hangars kommt die durch. Zwischen den ersten und zweiten kommt die raus. 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 Zwischen den ersten und zweiten Richtung Silos. Ganz wahr, Olli. Let's go. Läuft Richtung Silos. Ja, Tankistaner. Ich wusste es, ich wusste es. Allein an dem Skin wusste ich, dass sie das ist. An den orangischen Böschen. Weser ist mir irgendwer mal entgegengekommen. Ich hatte ein Geil, dass sie mir... Ey, das ist ein Nutzer. Das ist ein Nutzer. Hatte Geld frei? Ist so, krass werden wir stehen. Sag rein, schauen wir los. Guck mal, der flügt sich schon. Oh. Oh, mit Röckchen. Oh. Krass. Richard hat einen Rock ein. Oh, die Sandalen, Alter. Die geben wir einfach den Rest. Dann hätte ich lieber Tankista bumsen sollen. Hast du noch? Ey. Ich hab auch Musile. Ich hab das noch gehört, Mann. Guck mal, ich hab das noch gehört, Mann. Guck mal, ich hab das noch gehört, Mann. Ja, voll gedreht, Kid. Dann rennt er noch rum und... Ja, ich hab den. Ich hab den. Ich hab den nicht hier gespielt. Ich seh da, ja. Hast du schon ein Auto in deiner Base? Ach, da, Junge. Nicht gesehen, sorry. Ist noch da bestimmt, dann. Was hieß hier? Geil, Alter. Passt. Ja, OP versteckt, Mike X. Ja, komm. Lass dir mal Lippesack nach Hause fahren. Nach Hause? Was macht den denn hier eigentlich? Ich bin gut für Hürsten. Ritchie, Alter! Hat der auch gerade auf der Auto gesessen? Du hast mich grad... Du hast mich grad irgendwie fast überfahren, Alter. Nein, der war bei mir aber noch gut kurz. Da können sie immer 5 Meter. Da können sie 5 Meter zu wenig. Ja, jetzt gibt's den. Oh, nee. Jetzt pieke ich doch so. Oh, lol. Der ist nicht. Ich dachte, der wäre losgefallen. Alter, der ist eingestiegen. Hast du gesehen? Er wird am Auto vom Weißen einfach drin. Warte, ich will es sehen. Bei mir fährt das Auto los und einmal steht es wieder. Ja. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Ja, warte, 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 warte. Ich hab da Vollspeed. Nein. Bis 10. Das ist übrigens nur ein Schaf. Oh. Ey, wollt ihr den nicht irgendwie noch umschießen? Wir sind gerade an der Kuh dran. Ey, guck mal. Ich hab die ganze Zeit von mir her gezählt. Die Ziege rechts. Rechts. Ziege, Ziege, Reih, Reih, Reih! Du fand ich, Ziege um! Oh, shit. Komm, Frontalcrash. Wer hat's die erste Ausfläche? Lass mich raus, schieß'n, down. Ah! Ich schwör wegen desig, wir haben ineinander gefahren. Hört auf, bitte. Oh, mein Sky! Alter, wünsch' ich mir jetzt... Ich kann gerne mit Pistol da rüber gehen und wieder rennen. Warte doch, du Arschloch! Wow! Ey, hast du geschafft? Mach mal auf das! Witschi, du bist zu spät. Down! Richtig kurz in mir, richtig kurz. Wir fahren gerade schon aus der Base, ne? Bin ausgelockt, ne? Mach mal so. Hör warum? Ne, war echt bummisch früher, aber ich bin so. So, und jetzt sag mir mal bitte, wo hier hinter der Brücke ist. Ja, keiner. Idiot! Ja, das sind immer die Strauß, die ums Auto auch noch rumrennen müssen. Ach, mein Gott! Mach's schnell, dann überlebe ich das vielleicht. Ja, ja, ich kann dich nicht angieren. Dass mal einer hilft! Nein, stehen da nur doof rum. Da hab' ihn, Bandage. Soll der Golf eben schon da? Ja. Ja, der ist von da. Aber ich hab' null Blut, also ich muss nur angefürzt werden und ich bin tot. Und ich denke mal aus, du weißt, wo das Krankenhaus ist. Ich weiß das. Mach am besten mal Relog, ne? Weiß das nicht. Ja, ich bin ja auch, ich bin in der Lobby gerade. Ich joint, connect den da rein. Ja, bist gestorben aber. Hat dich geholt. Ja. Da war der die ganze Zeit da. Kaum vorbei wie wir ihn muss. Der kommt noch 8 Meter. Ja, aber woher weiß der denn, dass ich genau Relog mach? Ich hab' lag... Okay, der steht natürlich schon auf, aber... Wo ist der am Base? Ja, der hat mega den Zombie-Head. Hast du ihn? Ne. Hab ihn. Hab ihn. Na, er ist gespielt. Was ist denn Lucky Luke? Das ist nicht... Floll, plane, plane bei mir. Nimm sein zu und geh weg. Nimm sein zu und geh weg. Ey, bitte crash dich ins... Bitte crash dich ins... Bitte crash dich ins... Nein. 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 Der... Der... Der crash dich ins... Der... Der... Nee, fliegt ganz gern drüber. Hab alles von dir, Ritchi. Ja. Vor lange. Jetzt hab ich gelb eben gehabt, dann hatte ich jetzt wieder rot. Aber ich find gelb offen, schlimmer als rot. Ey, ey, ey. Kampfst du auch? Ja. Bist du Level 2 Bandit? Nein, Shapiro. Wo bist du... Ich hab gerade Bandit Level 2 hinter mir her. Wo? Könnte der Ding sonst sein, die Warte küsse. Wo genau bist du? Hab ihn Helder gegeben. Er ist 100% der Ding. Würde ich sagen. Jetzt hab ich gelbe durchgezogene Kette. Ich auch. Jetzt fällt er um. Und ich auch. Was? Für ein Spiel. Du, der fahr ich gerade runter. Du musst weiter rechts fahren. Ja, genau vor euch. Genau vor euch. Ey, bleib lieber stehen. Kampfsohn, sonst bist du schuld, wenn der dich überfährt. Läuft da nicht mehr. Man spricht da nicht vor den Zug und sagt, krass, du Zugfahrer, warum bremst du nicht ab? Warum fährst du da lang? Genau da und nicht woanders. Du bist ja auch so Zug, ey. Du bist nicht mal ein Fahrer, Alter. Aber du willst ja hier haben. Die hatten zwar noch nichts Gutes drin, aber... Scheiße, wo geht man denn wo? Ja, da muss man vielleicht so geduldig sein, dass man sich dann auslauft, wenn es ruhig ist. Das hat keine Portugiesenbogen, ne? Vorhin hat man Überraschung gesagt. Noch einfacher. Du gehst sofort rein und jeder geht in einen Tower. Oh. VLA. 1000 Meter, Junge. Was stimmt denn mit dem nicht? War der hier auf dem Berg? Der müsste ja auf dem Berg gewesen sein. Ich hab den Schuss gehört gerade. Hä? Ich hab den Schuss gehört. Ich schwöre, ich hab diesen Schuss gehört. Ja, der muss ja auf dem Berg sein, irgendwo. Hier oben muss der sein, wenn der auf die Stronghold geschossen hat. Markiert doch immer die Stronghold bitte. Fahr mal hoch, fahr mal hoch, fahr mal hoch. Der läuft vor uns, der läuft vor uns, der ist vor uns, der läuft den Berg hoch. Willst du mich verarschen? Wo? Ich seh den nicht durch die Cam, keine Ahnung. Geh weg, geh weg! An der obersten Tanne, vivo, vivo an der obersten Tanne. Hat nen Hit. Hat nen Hit von mir. Nice. Hehehehehe. Ey, back to one of you. Ich hab den nicht gesehen, der war genau in der Tanne. Ich auch nicht, man. Der war viel zu weit weg. Der war irgendwie... Ey, Digi, nimm mich mit! Und überfahren mich. Aber weiter, 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 weiter! Ach ja! Auf einmal! Was für ein Wichser das ist. Er will als erst rennen, dann fällt ihm auf, dass das Auto schneller ist als Autofuß. Ist der alleine? Noch mehr von uns findet ihr hier. Und wenn ihr gar nicht mehr ohne uns könnt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren. Wir freuen uns! Auf einmal! Auf einmal! Auf einmal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017